Hallo zu einer neuen Folge der Voltus Smart Facts. Heute stelle ich euch die neue Taster-Serie ION von Theben vor. Theben ist ja eigentlich bekannt als ein Hersteller, der extrem gute Wetterstationen, wirklich gute Dimmer- und Heizungsaktoren baut. Aber jetzt hat Theben mit der ION-Taster-Serie auch einen eigenen KNX-Tastsensor auf den Markt gebracht. Die ION-Familie besteht aus zwei normalen Tastsensoren mit einer 1-fach- bzw. 2-fach-Wippe und einem Tastsensor mit Display. In der heutigen Folge schauen wir uns den ION-102 und den ION-104 etwas näher an. Den ION-108 schauen wir uns im separaten Video getrennt nochmal davon an. Was bei den Tastsensoren direkt auffällt, ist, dass es ein komplettes Gerät ist. Sprich, es hat jetzt keine eigenen Schalterwippen, wie jetzt andere Taster am Markt, sondern es ist ein durchgehendes Design mit einer festen Wippe obendrauf. Das ist sowohl beim ION-102, also sprich dem einfachen Tastsensor, als auch bei dem ION-104 der Fall. Der ION-102 hat zwei Tastpunkte, wie der Name schon sagt, und der ION-104 hat vier Tastpunkte. Das Tastgefühl ist ganz angenehm gehalten, muss man sagen. Klingt jetzt auf der Mustertafel ein wenig blechern, in der Realität hört es sich deutlich besser an. Wir haben verschiedene Farbmöglichkeiten für die Status-LED, sodass wir da auch ein bisschen Kreativität mit reinbringen können, beziehungsweise den Status verschiedenfarbig darstellen können. Das Problem bei Tastsensoren ist ja häufig, dass der Sensor und auch die Steckdose am besten zusammenpassen sollen. Das ist natürlich bei Theben so ein Problem, weil Theben ist nun mal kein Schalterhersteller. Ich habe jetzt hier die neue Schalter- oder neue Rahmenserie von Jung mal dazugenommen, A-Flow, der von den Radien sehr gut zu den Sensoren passt, sodass man auch da seine Durchgängigkeit im Design darstellen kann. Ich würde jetzt sagen, wir schauen uns jetzt mal die Applikation etwas gemeinsam näher an, sodass wir dann auch in die Warenstärken des Tasters gehen können. Und anschließend gehen wir dann auch im nächsten Video auf den ION108, also den Taster mit Display ein. Die Applikation des ION102 ist eigentlich identisch zu der des ION104, mit dem Unterschied, dass ich hier oben dementsprechend auswählen kann zwischen den beiden Typen. Wir haben die Möglichkeit, den langen Tastendruck auf der ersten Einstellungsseite schon zu ändern, beziehungsweise, und das ist eigentlich eine ganz coole Funktion, auch die Möglichkeit des Doppelklicks. Es gibt gleich, das zeige ich auch näher noch, die Funktion mit Doppelklick auch Funktionen auszulösen. Die Thematik der LEDs kann ich nochmal separat einstellen, genauso wie den integrierten Temperaturfühler, bei dem ich dann nochmal ein Offset machen kann. Bei den Tasten habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir gehen hier mal auf die Auswahlfunktion Taster. Bei Taste 1, der oberen also, habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich als Taster das Teil ausgewählt habe, diverse Funktionen auszuwählen. Sei es Schalten, 1 Bit, Priorität, 2 Bit, bis hin zu Farbtemperaturvorgabe oder auch RGB oder RGBW-Farbe. Wir schauen uns erstmal beim Schalten die Sache etwas näher an. Das fand ich ganz interessant, diese Funktion. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir möchten in der Form ein Senden nach einem Doppelklick beispielsweise machen, Das heißt, wenn ich einmal kurz betätige, die Taste soll eingeschaltet werden. Wenn ich lange betätige, soll beispielsweise Umschalten oder Ausschalten passieren. Und beim Doppelklick kann ich nochmal etwas anderes auswählen. Das macht natürlich am meisten Sinn, wenn ich beispielsweise jetzt einen Wert, nehmen wir mal einen Byte-Wert. Ich kann jetzt sagen, dass je nachdem, wie ich die Taste betätige, wird ein anderer Wert an die Gruppenadresse rausgeschickt. Das hat, soweit ich weiß, kein anderer Taster in der Form auf dem Markt. Und es gibt auf jeden Fall da die Möglichkeiten, ein wenig mit rumzuspielen. Was ganz nett ist, ist auch die Möglichkeit zu sagen, dass ich nicht nur ein Telegramm raussenden kann, sondern bis zu drei. Das heißt, ich sage jetzt, das Tasterobjekt 1 soll schaltend sein. Auch da nochmal mit der Thematik kurze und lange Bedienung, beziehungsweise Doppelklick. Das gleiche aber auch für das Objekt 2. Sprich, wenn ich auf diesen Taster draufdrücke, wird gleichzeitig auch das Tasterobjekt 2 rausgesendet. Dieses ist erstmal komplett separat auch aufzubauen. Und das gleiche auch für das Schaltobjekt Nummer 3. Somit habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, sehr viele Funktionen auf einer Tastenwippe oder auf einer Taste rauszubekommen. Wenn ich jetzt beispielsweise bei der Taste 1 mal runtergehe auf Farbtemperatur, kann ich jetzt hier sagen, dass er direkte Kelvin-Zahlen anspringen soll, die dann zum Beispiel auf einen DALI-Gateway oder auf einen Dimmer rausgehen. Und somit habe ich da viele Funktionen zur Verfügung. Neben dem Taster steht natürlich auch klassischerweise die DIM-Funktion mit dabei oder auch natürlich Jalousie. Was mir noch ganz gut gefallen hat, ist die Funktion der Sequenz. Das heißt, die Sequenz, so wie der Name auch schon sagt, ist ein Ablauf von verschiedenen Werten, die aufgerufen werden. Hier kann ich jetzt auswählen, wie soll die Sequenz aufgerufen oder gestartet werden. Was soll passieren, wenn ich einen langen Tastendruck auswähle oder auch der Doppelklick. Und bei den Objekttypen sage ich jetzt, welche Arten sollen zur Verfügung stehen. Da steht mir auch wieder alles zur Verfügung, wie auch eben bei den Tastern oder beim Tastbefehl. Und jetzt kann ich mir einfach meine Schritte definieren. Ich habe bis zu vier Schritte, die ich auswählen kann. Und sage jetzt zum Beispiel, hier habe ich eben ausgewählt, dass Objekt 1 und 1 bis 4 sind jeweils Byte-Objekte. Und wenn der Schritt 1 jetzt aktiviert wird, springe bitte auf allen Objekten auf 100%. Im Schritt 2 bitte auf 75% und die anderen auf 100% und so weiter und so fort. Das ergibt auf jeden Fall auch da Möglichkeiten, wenn ich standardisierte Abläufe in einem Raum zum Beispiel haben will. Oder sogar einen Farbwechsel kann ich dementsprechend auch realisieren. Die LED beim Sequenz kann ich auch noch als Status-LED bei der Sequenz kann ich auch nochmal verschiedenfarbig leuchten lassen, sodass der Benutzer weiß, in welcher Sequenz sich gerade der Taster befindet. Das gleiche steht natürlich dann auch für Taste 2 zur Verfügung, ist identisch aufgebaut und daher jede Menge Funktionen machbar. Die ION 104 hat dementsprechend vier einzelne Tasten, die ich einzeln konfigurieren kann. Natürlich kann ich auch die Tasten wippenweise belegen mit Auf und Ab oder Heller-Dunkler. Das ist dann alles eine Konfigurationssache. Ja, ich muss sagen, der ION 102 und ION 104 ist ein schöner Taster geworden. Über das Design kann man jetzt streiten, ob einem das gefällt oder nicht. Er ist auf jeden Fall sehr zeitlos von der Optik und er wird auf jeden Fall auch da seine Liebhaber finden. Vielleicht noch gut zu erwähnen, diese weiße Mittelblende kann ich entfernen und kann dann dementsprechend auch den Taster beschriftbar machen, um ihn dann zum Beispiel in einem Objekt besser einsetzen zu können. Den ION 108 schauen wir uns gleich im separaten Video an. Wenn ihr Fragen habt zum ION 102 oder ION 104, wie gewohnt kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.